Ich hasse es, wenn du es das machst, ich hasse es. Aber gut, dass es uns noch so gut geht. Weißt du, was du dafür verdienst, die Dämlichistin? Genau, den Schrei. Spüre den Schrei. Ha, 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 und da hast du nichts mehr zu lachen. So, das noch. Wegbuffen. So, jetzt muss ich mal ohne hören, weil langsam tut es mir in den Ohren weh. Also, mein Headset tut mir auf den Ohren weh und das nervt. Na, dann nehmen wir dich jetzt als nächstes. Weil du derjenige bist, der die meisten Ärger machen kann. Blackbomb, super. Nice. Okay, der da unten ist auch fast tot. Der da unten ist sowieso fast tot. Deswegen... Yippie, aje, Schweinebacke. Na, na, trifft sie? Nein, natürlich nicht. Warum versucht sie es überhaupt? Ich bin gegen diesen Dark Clay hat sie bis jetzt mit ihr und der mich einen Stern hat, hat er noch nicht einmal getroffen. Wenn ich mich nicht irre. So, geheilt. Vom Feinsten. Nochmal erstmal Taktik. Switch zu ihm. Backup. Dingens. Mal gucken, wenn das jetzt genauso gut funktioniert hat wie eben, dann dürften die eigentlich so gut wie tot sein. Sind sie auch. Und dann macht er jetzt noch sein Iceberg-Dingens. Das war's. Okay, das war's. Dann freue ich mich. Bla, bla. Bla, bla. Bla, bla. I'm worried. Natürlich. Du bist worried. So wie immer. Das macht den guten Iceberg-Dingens ja auch aus. Na, ich kann hier nicht durch. Ich kann hier nicht durch. Aber ich kann... Ja, Mann, er ist immer noch so low. Skills. 1760. Was kann ich ab... Was macht das? Waffe, die Partys evade. Hm. Wäre eigentlich eine Überlegung wert. Ich könnte natürlich auch das hier machen. Ey, weil ich's voll drauf hab. Äh... Machen wir das. Dann hat sich das auch schon wieder gegessen. Kann sein, dass er irgendwie die günstigsten Skills von allen hat. Äh... Das hier kann man auch nochmal. So, fertig. Und bei ihm darf sein... Sein Normalangriff haben wir schon lange nicht mehr überwacht. Und sein... Nehmen wir das Ding ja. Explosion. Skill. Jetzt laufen wir noch ein bisschen rum. In der Hoffnung, hier irgendwas Gutes abgreifen zu können. Wow. Item. Ja, MP lädt sich aber auch langsam auf. Ah. Hm, okay. Sie kriegt jetzt einfach ein Item rein. So. 20 Muffins. Ich dachte, ich hätte die alle aufgebraucht gehabt. Verflucht sollen sie sein. Das dämliche... Muffin... Vertreter. Und ihr Muffin-Zeug. Muffin-Zeug. Muffin. So wie immer. Wir düsen, 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 düsen. Im Sousa-Schritt. Und bringen die Atombomben mit. Denn das macht Spaß. Genau so und nicht anders. Yeah. Filing my laser. Laser. Ah. Backup. Airstrike. Biene. In your faces. Melting. Ach, tut es gut. Gucken. Trifft sie, trifft sie? Ja, sie trifft. Und vernichtet die Biene. Armes kleines Bienchen. Das hast du nicht gewollt. Ah, dann wechseln wir zu ihr. Denn sie kann das Ding sicherlich mit einer Combo auseinanderfläzen. Jo, kann sie. Gut zuerst hier. Ich weiß gar nicht, ob diese feuchte Augen auch äh, wie heißt es? Heilen können, aber sicher ist sicher. Was weg ist, ist weg. Genau so und nicht anders. Oh, so viel Schaden. Und ich kann nicht angreifen. Das ist ja so. Ich kann keine Skills machen. Wir sind auch noch die Läden. Äh, vergiftet manchmal. Diese vielen unterschiedlichen Sachen. Ah. Die mir alle so tierisch vorbeigehen. Heal und Gift und yeah. Ah. Ja, das möchte ich einfach mal sagen. Attacke. Ja, ist hier schwach gegen. Ja, greifen wir einfach mal ihn an. Er wird schon ein bisschen maul. Ah. Nö, das geht auf jetzt. Ja. Warte, was sind die alle empfindlich gegen Eis? Hm. 55. Naja, okay. Greifen wir einfach mal alle zusammen an. Gucken, was passiert. Ja, das war auch gar nicht so übel, aber naja. Hätte besser kommen können. Beim nächsten natürlich das Museum mit mehr sexy, sexy, sexy oder so. Die Gegner, bitte. Primal useless. Primal miss. Und was macht der Letzte? Macht er sich in die Hose? Nein. Oh, gar nicht so viel Schaden. Wir hier in uns. Wir kriegen Schaden vom Gift. Und dann greift. Und dann greift er an. Tacke 24 MP direkt. Machen wir gleich nochmal unser Eis-Sturm-Dings. Sonst... Weißt du gut. Ja, klar. Hey, ich hab einen kaputt bekommen. Ist das awesome? Ist das awesome? Ist das awesome, dass der jetzt auch gedingselt ist? Ich glaub, dagegen muss ich was unternehmen. Ich glaub, dagegen muss ich was unternehmen. Ich... Ah, was schwein, du. So, hau jetzt. Erdelementar. Stirb, Erdelementar. Gut, Erdelementar. Bombe und Thunder, naja ok, dann mach ich halt Panzer-Ding, go, zeig uns was du hast, ob du schon irgendwas besser hast. Jo, voll defeated. Der Panzer hat's ihm voll gegeben, da fühlt er sich voll angemacht. Warte, hab ich jetzt... Ne, muss ich das Ding auch noch fertig machen? Nervig. Ich weiß, wen ich zuerst fertig machen werde. Nämlich dich hier unten, wenn du zwei nicht drauf hast. Yeah! Und Regeneration auf uns. Ach, ich bin so müde. Aber ich will es hier heute noch bis zu diesem Endreus hier machen und dann... Ja. Werde ich's auch sehen lassen für heute. Einer weniger. Einer dahin. Drei im Sinn. Mach hin! Jo. Jo. Dober Spruch. Vielleicht gereimt. Ach. Ich muss auch nochmal einen Schluck trinken hier, weil... das ist... ich muss noch mal einen Schluck trinken. Ich muss noch einen Schluck trinken. Ich muss noch einen Schluck trinken. Oh! Oh, nein. Alter, für wen hältst du dich, dass du einfach mal in der Teppi ausweichen kannst? Für so einen ganz fetten Homie, oder wie? Aber nicht mit mir. Spüre meine La Bomba. Balalalala La Bomba. Ey, ey, ey. Happy, ist ja der Bomba. Bomba. So, und mit dir werde ich jetzt hier dich wegseignen. Genau so, nicht anders hast du es verdient, Maestro. Ich mache jetzt mal unsere Barriere. Ist mir gerade noch so aufgefallen. Ich weiß, ich bin ein Genius. Ich muss mir das jetzt erst aufverdauern. Okay, gut jetzt. Es war spät als nie und dich werden wir hier mal mit Flameshot versuchen auszumerzen. Super. Das bisschen hätte er eben jetzt auch nicht wegbrühen können. Ah, jetzt sind die Gegner wieder dran. Nice. Ach nein, er ist gemisst. Yay. Gut gemacht. Kleines Ding. Das ist doch voll unfair. Ich meine, ich will mich ja zwar nicht beschweren, aber das ist das Fieseste, was ich jemals irgendwo gesehen habe. So. Was habt ihr jetzt davon? Genau das. Nichts anderes. Oh, sorry. Lass mal meine Flasche. Ah. Ja, mach mir ruhig, indem ich das vor Fluchzeug vor die drei Runden ablaufen, weil ich euch sowieso voll fertig gemacht habe. Und nichts anderes. Das wäre wieder. Das wäre wieder. Das sei können. Sei so sei, dass du nur kannst. Ich glaube, da reicht ein Schein. Ach, der war auch noch gerade voll gestunt. Aha. Nett. Ich probiere es mal mit Double Shot. Ja, reicht. Perfekt gemacht. So, und jetzt lasse mich da hinter...